Okay. So. Dann klopfen wir hier um. Oh! Er hat hier eine Frage. Okay. Äh, eine Aufgabe. Na los, mal etwas schneller hier. Oh, wie langsam die Leute sind. So, guten Tag. Nach dem Kochtopf fragen. Ich bin verloren gegangen. Ich habe einen passenden Kochtopf. Hier, bitte. Oh, danke schön. Oh, vielen Dank. Nach dem Mann fragen. Okay, dann reden wir mit ihr noch. Nach dem Kochtopf fragen. Einmal lieber, ich und mein Mann leben schon seit vielen Jahren allein. Wir brauchen nichts Großes. Ich habe alles schon vor langer Zeit zum Secondhand-Laden gebracht. Oh. Naja, wir haben ja jetzt eins. Und mit ihm wollten wir noch reden. So, guten Tag. Scheiße Car. Wir machen Anti... Nach der Auslandsreise fragen. Ja, wir sind abfahrtbereit. Okay. Ich hoffe, der fährt jetzt nicht früher ab. Ich habe ein Angebot. Die Zeiten sind schwierig. Jeder versucht sein Bestes zu geben. Ich habe Dosen Fisch. Nach der Essensqualität fragen. Das ist die beste Qualität. Ah. Wir wissen ja eigentlich, was dann passiert, wenn wir das... Wir brauchen aber auch das Geld wahrscheinlich. Wir lehnen es trotzdem ab. Ich bin nicht interessiert. Ah. Ich hoffe, das war jetzt nicht schlimm. So, hier. So, hier haben wir drei neue Infos. Heimkeller. Über ihn haben wir gar nichts. Da müssen wir noch in die Wohnung rein. Nein. Ey. Rauf. Bleib hier. Über den Topf sprechen. Sehr gut. Dann haben wir das mit Mark sprechen. Mark Arnick. Hier. Nein. Komm her. Da kommt er. Nach den aktuellsten Neuigkeiten fragen. Die Menschen sagen, die Quoten für höhere Bildung wurden reduziert. Der größte Zweig ist Bergbau. Studiert Ihr Sohn auch Bergbau? Ja. Er wurde an die Bergbauhochschule geschickt, aber wir haben einen Platz an der Universität für ihn sichergestellt. Er wird Ingenieur. Sie sind ein richtig guter Fang. Dankeschön. Haben Sie vielleicht Bücher für mich? Herr Mark, Sie sind doch ein gebildeter Mensch. Wo kann ich Wirtschaftslehrbücher finden? Die Universität hat meinem Sohn eine Liste mit Büchern zum Lernen gegeben, aber keiner der Buchlehnt führt sie. Die Bibliothek ist eine Option, aber dort ist immer eine Schlange. Was stimmt nicht mit der Bibliothek? Dort ist es ruhig. Für einen jungen Mann ein netter Platz, um Zeit zu verbringen. Können Sie Ihr Geld nicht für etwas Nützlicheres als Bücher ausgeben? Danke, aber ich bezweifle, dass mein Sohn Ihren Rat schätzt. Hm. Hm. Dann fragen wir noch nach Klaus Schimmer. Ich möchte mich bei Ihnen über Klaus Schimmer erkundigen. Warum wollen Sie das? Eine vage Antwort. Ich weiß nichts, dass Sie nichts wissen. Ach komm schon. Fragen, was Ihnen passiert ist. Komm. Was hast du denn jetzt? Er wurde ins Gefängnis geschickt. Sie haben mehr erfahren, als Sie mussten. Auf Wiedersehen, junger Mann. Achso. Okay. So, hier oben. Ist der jetzt zu Hause? Nee. Dann geh da mal schnell rein. Geh schnell rein. Wir holen uns noch so eine gute Kamera. So, ganz schnell hier. Kameras installieren. Ich glaube, das ist der Typik. Hier oben noch eine Kamera. Hier kommt niemand. Nee, gut. Naja, der raucht auf. So, dann gucken wir mal. Was hast du im Angebot? Glücksspiel. Bein. Wir werden dich so drankriegen. Also nur, wenn er uns nicht hilft. Los. Hier oben noch eine Kamera ran. Ist hier noch was? Okay, das ist nur sie. Warte, ich nicht mehr. Okay, die Schallplatten können wir später noch dran machen, glaube ich. Noch ist es nicht schlimm. Softdrinks. Oh, der hat aber einiges hier, ne? Ja. Ja. Und der Schrank noch? Oh, beeil dich. Der kommt bestimmt jetzt. Okay, raus hier. So, dann tun wir mal so, als wäre nichts. Wirtschaftsbücher. Ich muss einen Bericht über Klaus Schimmer schreiben. Machen wir das mal kurz. Achso, und die Wirtschaftsbücher noch für den Jungen. Ja, ich muss einen Bericht über Klaus Schimmer machen. Ja, ich muss einen Bericht über Klaus Schimmer machen. Hm, guck hier. Herr Klaus Schimmer, Wohnung 1, männlich, mit Maria Schimmer, Tabakverkäufer und sämtliche Sachen senden. Was war das jetzt? Rufen sie das Ministerium an. Ja. Habe ich noch über irgendwen etwas? Ich könnte über ihn schon mal was schreiben. Mhm. Jones, irgendwas. 4, männlich. Wohnt allein. Kohlenschiff. Bootsmann, 2, 3. 4, senden. Sehr gut. Und jetzt können wir das Ministerium erstmal anrufen. Die Bücher irgendwie. Mal sehen, ob wir die noch bekommen oder ob wir die holen überhaupt. So, über Schimmers Frau nachfragen. Zwangsräumungsmethode. Ja. Wenn er aussieht. Was passiert mit seiner Frau? Sie ist uns egal. Sehr nett. Ich verstehe. Wir sprechen uns später. Mhm. Ach, jetzt muss ich noch die... Brauchst du wirklich die Bücher, Junge? Nach Schulbüchern fragen. Ich habe bisher noch nichts gefunden. Bist du sicher, dass du nicht in die Bibliothek gehen möchtest? Ich möchte dort wirklich nicht hin. Die Dame, die dort arbeitet, ist gemein zu den Leuten. Sie faucht alle an. Es scheint, als würde sie mich nicht mögen. Sie mag anscheinend niemanden von euch. Egal. So, was denn mit dir? Spielst du mit mir? Oh. Ach, Quatsch. Wir können ja einfach mal klopfen. Mh, der schläft noch. Hier unten haben wir noch keine Kamera drin. Na los, etwas schneller. Finden Sie eine Möglichkeit, Klaus Schimmer aus Wohnung 1 zwangsträumen zu lassen? Ah, ich möchte das nicht. So, Einsamkeit. Er braucht eine Frau. Finden Sie eine Frau für mich? Schaffen wir. So, was brauchen wir denn? Er hat mich gebeten, eine Freundin für ihn zu finden. Ja. Hör mal auf, hier zu blinken. Quatsch, du sollst hier ploppen. Ja, da oben macht einfach nichts Illegales. Noch nicht. Er weiß, was da noch kommt. So, guten Tag. Nach den Büchern fragen, wilde da Mensch Klaus. Wo kann ich Lehrbücher für Wirtschaft finden? Die Universität kam meinem Sohn. Eine Liste von Büchern ist mir gut bekannt. Es ist nicht nur die Schlange. Die Bibliothekare sollten sie auch mögen. Wenn nicht, schicken sie ein ohne Erklärung fort. Aber ich kann Ihnen helfen. Ich habe Bücher von damals, als ich im Zählamt gearbeitet habe. Oh ja. Ach, danke schön. Jeder sollte eine höhere Bildung anstreben. Zu schade, wie wenige Menschen diese Meinung teilen. Ach, Mensch. Wenn das so einfach geht. Ah, danke schön. Fragen, wie es ihm geht. Was er braucht. Hier, komm. Sie müssen vorsichtig sein. Was? Die wollten mich aus meinem Haus vertreiben? Das ist undenkbar. Hätte ich dir das schäbige Loch schon vor langer Zeit verlassen. Hilfe anbieten. Ich frage nicht aus Neugier, sondern um Ihnen zu helfen. Ich werde gesucht. Schwer zu glauben, dass jemand sich für meine Probleme interessiert. Ich wurde zum Tabakladen geschickt, zu diesem kleinen Holzstand. Im schlimmsten Viertel nahe dem Fischmarkt. Sie haben mir mein Abwesenheitszertifikat weggenommen. Ohne das sitze ich hier fest. Okay. Warum nehmen Sie es nicht? Sie würden mir nicht glauben. Okay. Ich kriege aber deine Dokumente wieder. Keine Sorge. Zuerst mal muss ich jetzt mit dem Sohn sprechen. Wo ist der Sohn? Dahinten. So, Sohne mal aufwachen. Hier. Patrick. Ey, warum willst du nicht mit mir reden? Ich habe deine Bücher. Gleich. Ich habe ja noch 15 Stunden. Ähm, hier. Die Nummer. Anrufen. Sie werden es nicht bereuen. Papiere bitte. Achso, mit dem, ja. Dann gehen wir erst mal da hin. Da haben wir alles gemacht. So, die Nummer wählen. Die hier. Wir rufen wegen der Anzeige an und wir wollen dich an einen super tollen Doktor vermitteln. So, was haben wir hier noch? Hat mich gebeten. Jo. Da warten wir jetzt. Der will immer noch nicht mit uns reden. Wir können mal mit ihm reden. Nee, nicht mit dir. Äh, nach dem Wetterfragen. Wetter? Okay, okay. Ich wollte mit ihm reden. Hallo. Vereinsamkeit. Irgendwelche Vorlieben. Wen möchten sie kennenlernen? Irgendjemand. So. Nur ein Scherz. Oh, wie gemein. War nur ein Scherz. So, du bist böse. Dann reden wir mal mit dir. So, ich brauche ihre Hilfe. Aha. Ja, komm. Ich spreche über Schimmer aus Wohnung 1. Er ist beim Start in Ungnade gefallen. Ich mag ihn nicht. Nein, bitte. Helfen Sie mir. Bringen Sie mir sein Abwesenheitszertifikat. Sie können ohne nicht leben. Verstehen Sie? Abgemacht. Aber Sie schulden mir eine Flasche Whisky. Ich werde es nicht schaffen, Zugriff auf konfessierte Dokumente zu bekommen. Ja, hier. Du kriegst dein Whisky. Ähm. Hier. Hier ist die Flasche. Seien Sie still. Gute Wahl. Perfekt. So, was haben wir denn noch über seine Einsamkeit? Kennen Sie eine etwas ältere Dame für den Doktor aus Wohnung 2? Verhalten Sie mich? Denken Sie, das ist ein Bordell? Naja. Wer weiß. So, okay. Das hatten wir schon. Konversation beenden. Ich muss gehen. Mhm. 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 Oh nein. Telefon. Renn, Junge. Renn. Wer ist das? Hörer abnehmen. Einen privaten Anruf annehmen. Achso, das ist der. Hier ist Clara. Ja, Clara. Wir wollen die Doktor treffen. Erdbeer mit Schlagsahne. Haben Sie es aufgeschrieben? Ähm. Doktor, wo sind Sie? Ich habe was Tolles für Sie. Wo ist der Doktor? Da. Hallo. Übereinsamkeit. Ich habe eine Freundin gefunden. Das Mädchen aus der Anzeige. Ich werde sie heute anrufen. Aber erst muss ich mir ein Herz fassen. Komm, das schaffst du. Jetzt habe ich kein Schokoriegel für ihn. Kaufen Sie Schimmers Papiere von Raneck. Das haben wir doch schon. Raneck per Telefon. Ja, wo ist denn jetzt unser Sohnemann? Eigentlich da. Sohnemann, ich habe deine Bücher. Und Bedo will jetzt nicht mit uns reden. Sehr gut. So, über... Nach Schulbüchern. Hier, die Bücher. Perfekt. Dann haben wir das geschafft. Oh mein Gott, okay. So, ihn wollen wir aber nicht loswerden. Wir brauchen Schokolade. Ist hier jemand? Der Doktor ist da. Ah. So, er ist weg, oder? Ja, dann geht er nochmal rein. Ich hoffe, er ist jetzt wirklich weg und nicht irgendwo da unten. So, wir gehen hier nochmal rein. Ach, Mist. Sehr gut. Wir können ja auch mal so eine Kipps hier holen. Wir haben jetzt irgendwas Neues noch über ihn. Guck mal, ob das überhaupt eine neue Anordnung ist. Ja, wir gehen hier nicht wirklich. Das hatten wir da schon. Muss sammeln. Hm. Woher bekomme ich denn jetzt die Schokolade? Ja. Woher bekomme ich denn jetzt die Schokolade? Hat irgendwer für mich Schokolade, bitte? Wo bist du denn? Ach, da. Hier hätte ja jetzt lange gedauert, um da runterzukommen. Nach der Auslandsreise. Sie verlassen unser Haus. Ja, wir sind abfahrbereit. Das Schiff ist bereit. Wir warten darauf, dass die Außenangelegenheitenkommission die Mannschaft einweist. Durch die Bucht abwärts in diese Stadt. Aha. Kohle zu entladen und Landgänge zu machen. Dann schauen wir mal. Okay. Ich brauche jetzt irgendwie Schokolade. Und der Händler ist einfach noch nicht da. Hallo über die Dokumente. Irgendwelche Neuigkeiten. Ja, das tut mir echt leid. Dann reden wir mal mit ihm. Ich glaube, die gelben Hinterliegen sind auch gar nicht so schlimm, wenn wir das nicht haben. Das ist natürlich doof. Dann hat er keine Freunde und dann kann er unsere Tochter vielleicht nicht retten. Was möchten Sie über die Hilfe von Schimmer? Hier ist ihre Akte. Die Archivratten hatten sie verloren. Ich habe sie gefunden. Dankeschön. Unsere Mutter hat noch was. Ich habe keine Schokolade. Wir müssen erfahren, was passiert ist. Ach nein, die ist krank. Ja. Ähm. Ich bin in der Nähe des Hauses. Kannst. Ja, ja. Ich werde schauen, was ich machen kann. Achso. Brauchst du die Seife? Kiste voller Teer, die ich mit unseren Rationskarten gekauft habe. Das ist unerträglich. Du hast einen Strick um den Hals verdient. Geh, lerne ihn kennen und kaufe Süßigkeiten für Martha. Die arme Kleine hat schon seit Monaten keinen Bonbon mehr gesehen. Ja, mein Gott. Ähm. Neue Anordnung der Regierung. Ey, es tut mir echt leid, aber ich kriege einfach keine Süßigkeiten. Es tut mir leid. Warum mögen alle diese Pillen? Was sagen sie müssen? Aber nein. Aber ich bin nicht berechtigt, Arzneimittel zu verschreiben und zu erhalten. Hm. Ich habe gehört, dass es in den nördlichen Minen einen Unfall gab. Okay, so er ist uns jetzt nicht böse, da ich ihm keine Schokolade bringen konnte. Es tut mir echt leid. Was haben wir hier? Das ist gut. Das holen wir. Ist der noch da? Ah, nee, halt. Stopp, 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 stopp. Hier unten müssen wir hin. Ja, er ist da. Sehr gut. Asperin zu besorgen, schaffen wir. Wir reden erstmal jetzt mit ihm. Dokumente. So, wir haben die Zertifikate. Lebewohl. Schimmer bei der Flucht helfen, ja. Das ist halt nur die Frage, wie... Da ist keiner. Ist hier oben einer? Ah, hier ist der Händler. Wir kommen erstmal runter. Meine Komplimente. Wir brauchen Schokoladen-Süßigkeit. Was ist das? Nee, die brauchen wir aber nicht. Wir können die ja mal trotzdem holen. Und Asperin. Sehr gut. Dann gehen wir mal hier runter. Oder auch nicht. Na komm, ich hab endlich die Sachen. Warum kann ich nicht mit ihr reden? Doch, jetzt. So, über die Bonbons. Mhm, 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 mhm. Sehr gut. Und über die Asperin. Oh, da geht es schlechter. Ich denke, sie wird sich in ein paar Tagen besser fühlen. Ey, hoffentlich. Ja, Vater. Erfahren, was passiert ist. Ich muss mit dir sprechen, Vater. Was ist passiert? Ich hab ein nettes Mädchen kennengelernt und möchte fragen, ob sie mit mir ausgeht. Der erste nach der Hoffnungslichter wird in einigen Tagen stattfinden. Ach, diese Übersetzung. Es sind auch Schauspieler aus der Hauptstadt angekommen. Warte, wer ist dieses Mädchen? Andrea Gortschick. Sie ist wunderschön und klug. Sie geht gerne ins Theater. Ich hab gehört, sie möchte zur Premiere gehen. Das ist meine Chance, Vater. Ich hab nicht genug Geld für die Karten. Ah, die Entscheidung verlegen. Ich hab viel zu tun. Genau. Wir können jetzt nicht darüber reden. Komm, wir gehen mal hier hoch. Und genau. Klopfen. Ein Funde hat 50 Dollar. Oh, ich glaub, das kriegen wir nicht hin. Ähm, haben wir irgendwelche neuen Informationen? Na ja, nur, dass er weinen mag. Über ihn haben wir schon alles. So. Nach der Auslandsreise fragen. Mhm. Können wir jetzt irgendwas anderes noch? Nee. Kommen wir da nicht mit? Werden sie sich mit dem Bootsmann eigentlich über Schimmers abreißen? Ja. Würde ich ja gern. Statt entfliehen kann irgendwelche Nachrichten. Nein, Karl. Wir können nichts machen. Lars denkt, dass ich nichts verstehe. Mein armer Mann. Ich kann Ihnen nicht helfen. Oh, was wollen Sie? Sprich, wie man Schimmer helfen kann. Jones, können Sie Schimmer auf Ihrer Runde mitnehmen? Warum sollte ich das wollen? Auf der anderen Seite, wenn Sie mir auch behilflich sind. Ja, und wie? Was wollen Sie? Ja, und wie kann ich dir behilflich sein? Ach, komm schon. Hallo. Nach Flucht aus der Stadt fragen. Die beste Idee ist es, ein Boot zu nehmen und fortzusegeln. Das ist Wahnsinn. Entzählen Sie meiner Frau nicht, wie schlecht die Dinge stehen. Sie weiß noch nicht, dass sie uns erwischt haben. Okay, okay. Jetzt haben wir hier aus... Was? Ausgehabend? Ach, ausgehabend. Oh mein Gott. Ausgehabend. Ähm... So, was wollen Sie? Wir wollen immer noch raus. Ja, wie kann ich dir denn behilflich sein? Ach man. Wir müssen uns mal hier oben schnell reingehen. Der Typ kommt zurück. Wir haben ja die Softdrinks noch irgendwo gehabt. Das war eine Softdrinks. Oh Scheiße, er kommt wieder. Nee, komm hier raus. So, was haben wir denn hier? Was ist passiert? Finde einen Arzt. So, wir haben hier einen Arzt. Genau, hier neben uns. Fragen, was passiert ist. Darf sie bei mir einziehen? Äh, natürlich. Ich möchte aber noch mit dir reden. Ich brauche deine Hilfe. Oh, unsere arme Tochter. Da geht's gar nicht gut. Oh, die Weinzucker. Komm schon, wir können noch mit dir spielen. Hm. Sie möchte, da ich einen Arzt finde. Wir haben noch keine Rechnungen. Was machst du jetzt? Oh nein, zieh nicht aus. Nein, 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 nein. Warum? Warum? Warum machst du diese? Wir können ihm nicht helfen. Jetzt zieht er einfach aus. Hier. Ach nein. Ist noch irgendwer da? Oh nein, ich hätte ihn. Hm. Und damit endet auch das heutige Video. Ich bedanke mich bei euch fürs Einschalten, meine Lieben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Lasst mir doch gern ein Like und Kommentar da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss, meine Lieben. Mua. 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 Mua.